Vielleicht brauche ich jetzt noch jemanden. Es freut mich sehr, dass die Menschen nicht nur aus Rufemburg, sondern aus Nahaus nicht weggekommen sind. Danke. So Leute, ich bin auch fast da. Ich bin 35 Jahre alt und bin neun Jahre nach Deutschland gekommen. Der wird schon eine Weile in Deutschland. Ich denke, ich habe mich gut integriert. Ich arbeite nebenberuflich auch im Sicherheitsgewerber. Er hat am Samstag, gleich in welcher Steiner hat Fasen abtätig. Da sieht man definitiv, dass die Frauen alles haben. Jede zweite, sehr verspringende Tasche. Und das kommt nicht ohnehin. Das kann von jedem stillgeschrieben werden, wie sie wollen. Es ist keine Zeit, dass ich nicht mehr Sorge um eine Frau machen muss, wenn sie irgendwo einkaufen gehen. Oder auf irgendein Fasensveranstaltung, wo die Kinder auch direkt sehen, dass sie nach Hause kommen. Sobald sie etwas zu spät ist, kann ich schon haben zu suchen. Das ist nicht die Realität. Das darf nicht sein. Schade ist halt, dass die Mittel für die Polizeibeamte geführt werden. Das bekommt man immer mehr mit. Und das heißt, ob einige Orte erscheinen können. Weil man munkelt, dass Teile von der Anzeige, wenn es um Flüchtlinge geht, dass sie gar nicht zur Anzeige an der Stadt werden müssen. Dass sie irgendwo mit untergehen. Dass die Zahlen, die verhöhntet werden, gar nicht so stehen. Das sind wir auch noch davon. Das ist ja ganz schön. Das ist ja ganz schön. Das ist ja ganz schön. Und das ist ja ganz schön. Vielen Dank.